Erkennen ist krasser als Tun. Ich bin überzeugt, dass Klarheit der Schlüssel zu sich selber ist. Mein Name ist Jan und mein Podcast hat zum Ziel, dich zu inspirieren, dein Leben und dein Business noch reicher und klarer gestalten zu können. Dafür gibt es bei mir Solo-Folgen und Gespräche mit interessanten Gästen in meiner Show. Ich wünsche dir viel Inspiration und Freude mit dieser Podcast-Folge. Moin aus Hamburg, hier ist der Jan und ich wünsche dir jetzt erstmal einen wunderbaren Tag, an dem du diesen Podcast hörst. Heute möchte ich ein wenig über die Zukunft reden, über die Zukunft von uns allen, also von dir, von mir, von der Welt vielleicht, ich weiß es nicht. Zukunft gestalten, eine neue Zukunft aufbauen, das sind ja Dinge, die wir ganz häufig vorhaben in unserem Leben. Und gerade dann, wenn das Leben uns, ich sag mal, nicht ganz so gut mitspielt und wenn wir den Eindruck haben, dass die ganze Welt sich gegen uns verschworen hat, dann ist es natürlich total schwierig, vernünftig in die Zukunft zu gucken, weil wir sind ja erstmal damit beschäftigt zu überleben. Und wenn unser Kopf und unser Geist in einen Überlebensmodus verfallen sind, dann ist es ganz häufig recht schwierig, da wieder rauszukommen, denn wir gewöhnen uns ja so schnell an die Dinge. Wir gewöhnen uns so schnell an Umstände, wir gewöhnen uns so schnell an vermeintliche Tatsachen, die in unserem Kopf logisch argumentiert sind. Ja, so dieses Beispiel, wenn du irgendwo neu anfängst zu arbeiten und bringst in den ersten zwei Tagen deinen Kollegen eine Tasse Kaffee mit an den Platz und machst es am dritten Tag schon nicht mehr, wirst du einen Spruch bekommen. Dann wird einer der Kollegen, mindestens einer sagen, hey, wo ist mein Kaffee? Da haben die sich schon dran gewöhnt, dass du Kaffee mitbringst. Und so schnell gewöhnst du dich auch daran, dass jemand anderes dir vielleicht Kaffee bringt oder dass deine Welt grau ist, dass du vielleicht nicht die richtige Partner, einen richtigen Partner findest, nicht die richtigen Jobs findest, dass das Leben irgendwie total schwer ist. Und daran gewöhnen wir uns ratzfatz. Und das ist erst einmal eine blöde Nachricht, oder? Also, wenn ich mir so auf mein Leben gucke und mir überlege, woran habe ich mich gewöhnt? Woran habe ich mich in meinem Leben damals so schnell gewöhnt? Dass ich da gesessen habe, zum Beispiel, dass die Menschen mir immer gesagt haben, was ich zu tun und zu lassen habe, was ich zu denken habe. Dass irgendwie jeder das Recht hatte, in meinem Leben rumzufuschen, in meinem Leben irgendwie mir zu sagen, dass ich den falschen Weg gehe. Und ich habe mich so daran gewöhnt und dann gedacht, ja, ist da vielleicht was dran? Also, dieser Gedanke, haben die vielleicht recht? Ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn Menschen dir sagen und vielleicht sogar ungefragt dir einen Ratschlag geben, ja, ob du dich dran gewöhnst und dann drüber nachdenkst und denkst, oh, da könnte ja was dran sein. Irre ich mich? Liege ich da richtig oder liege ich da falsch? Und ich meine, umso häufiger Menschen das mit uns tun, umso eher gewöhnen wir uns daran, dass andere uns sagen, wo es lang geht und hinterfragen unsere eigenen Gedanken, unsere eigene Intuition und hören auf, tatsächlich auf uns zu hören. Ja, und wie willst du dann Zukunft gestalten? Also, wie willst du gestalten, wenn die Stimmen in deinem Kopf generell alles hinterfragen, was du tust? Wenn jeder Gedanke, jede Entscheidung, die du triffst für deine Zukunft, wenn du die zerdenkst, also, wenn du länger als eine Stunde über eine Entscheidung, die du gefällt hast, nachdenkst, dann bist du schon daran gewöhnt, alles, aber auch wirklich alles in deinem Leben zu hinterfragen. Und das klingt jetzt ganz schön hart. Und das ist allerdings auch so, denn ganz häufig wollen wir das ja gar nicht hören. Ja, ganz häufig sagen wir, ja, das war ja diese eine Entscheidung. Aber ich wette, wenn du dich mal hinsetzt und dir überlegst, welche Entscheidung hast du jetzt mal so zwei Tage, drei Tage, eine Woche lang zerdacht und dir einfach mal diese Entscheidung aufschreibst und dich mal daran erinnerst, also bewusst daran erinnerst, dann wird dir auffallen, dass das ganz viele wichtige Entscheidungen in deinem Leben waren. Und diese Entscheidung, ja, oder beziehungsweise diese Gedanken, haben die dich groß gemacht? Haben die dich in deine Fülle gebracht? Oder haben dich diese Gedanken eher klein gemacht? Und da kannst du in Zukunft, wenn du mal wieder eine Entscheidung fällen willst und du überlegst dir, die ganzen Für und Wider, die, ja, diese Entscheidung mit sich bringen, wo wir ja alle gar nicht wissen, was die Zukunft uns bringt. Also wir können ja gar nicht wissen, ob das eine gute Entscheidung ist oder eine schlechte Entscheidung ist, sondern wir können immer nur auf unser Bauchgefühl hören. Also wenn du wieder auf so eine Entscheidung hingehst und fängst an, die zu zerdenken, dann nimm doch mal ein leeres, weißes Blatt Papier und schreib mal in die Mitte des Blattes Ich. I-C-H. Ich. Und da drunter meine Entscheidung. Mach einen kleinen Kreis drum und guck dir das an. Und dann nimm mal das Blatt Papier in die Hand und fang an, das zu zerknüllen. Denn das ist das, was du mit dir machst, wenn du dich zerdenkst. Du machst dich klein. Du zerquetscht quasi dein weißes Blatt, das nur darauf gewartet hat, dass du es anfüllst. Dass du es nur darauf gewartet hast, dass du mit Buntstiften drauf malst oder dass du wie eine Mindmap andere Gedanken drauf schreibst. Und du zerknüllst dieses weiße Blatt Papier. Und wenn du das hinterher wieder entknüllen willst, du wirst es sehen, es ist gar nicht mehr so glatt. Es ist gar nicht mehr so fähig, dass ich darauf malen kann oder schreiben kann, weil ich habe überall diese Knicke drin in diesem Blatt Papier. Und das machst du mit dir selber. Denn dein Ego oder diese Stimmen in dir, die immer alles hinterfragen und dich aufhalten wollen, dass du deine Zukunft gestaltest, die greifen ja nur auf deine Erfahrung zurück. Also du kannst ja deine Zukunft nur gestalten durch die Erfahrung, die du bereits gemacht hast. Du gestaltest Zukunft durch die Vergangenheit. Das ist ja zum Teil ganz gut. Wenn ich in der Vergangenheit die Erfahrung gemacht habe, dass eine heiße Herdplatte meinen Finger nicht gut tut, wenn ich die da drauf lege, dann weiß ich in der Zukunft, diese Herdplatte könnte heiß sein und das könnte mir Schmerzen bereiten. So lernen wir. Das ist eine feine Sache. Wenigsten von uns packen regelmäßig auf Herdplatten, um zu überprüfen, ob die jetzt glühend heiß sind oder nicht. Doch wenn es darum geht, zu sagen, ich möchte meine Gedanken, mein Leben, meine Zukunft, meinen Fokus verändern und diesen Satz, den du ja schon häufiger auch bei mir gehört hast, deine Gedanken werden zu deiner Wirklichkeit. Wenn du diese Wirklichkeit verändern willst, dann halten die dich ja wohl eher auf. Denn wie häufig denken wir, wenn wir eine neue Idee hören, wie häufig denken wir, wenn wir eine Entscheidung treffen sollen für unser Leben oder sogar müssen, das kann ich nicht. Das geht nicht. Ich kann das nicht machen, weil es ist zu teuer, es ist zu günstig. Da ist ein Haken hinter. Gerade wir Deutschen sind ja super dahinter, dass wenn uns jemand was erzählt, dass wir sagen, oh, wo ist denn der Haken? Da sind wir so gewöhnt, dass wir immer erst mal die Fehler suchen, dass wir immer erst mal suchen, wo werde ich betrogen, wo werde ich hintergangen, wo sind meine Nachteile, dass ich eine Entscheidung fälle, dass wir ganz häufig keine fällen, dass wir uns gegen Möglichkeiten entscheiden, dass wir durch Türen eben nicht gehen, die uns geöffnet werden. Und das Ergebnis daraus ist Mutlosigkeit. Das Ergebnis daraus ist, dass wir sagen, oh, dann behalte ich lieber mein Leben so, wie es jetzt ist und gestalte das nicht neu. Und so werden viele Träume, viele Visionen vom Leben begraben. Und das macht was mit einem, das macht nämlich Stress. Denn irgendwas in dir sagt, hey, so kann es nicht weitergehen. Da gibt es noch mehr. Da will ich noch mehr erreichen. Da hätte ich gerne etwas. Jede Sehnsucht, jede Art von Neid, wenn du auf jemanden neidisch bist, weil der ein größeres Auto hat oder ein Haus oder was auch immer oder einen geileren Job oder eine schöne Frau, einen schöneren Mann oder was auch immer. Dieser ganze Neid, der da ist, der spiegelt nur deine Sehnsüchte wieder. Und er spiegelt nur etwas wieder, wo dein Unterbewusstsein genau weiß, hey, das kannst du erreichen. Hey, du bist fähig, dieses Ziel zu erreichen, diesen Traum in die Wahrheit, in mein Leben, in eine Wahrhaftigkeit zu setzen. Das ist Neid. Und wenn du mal überlegst, auf wen du alles neidisch bist und wenn du wirklich mal dahin schaust, ich kenne viele Menschen, die sagen, ich bin doch nicht neidisch. Ach, ich nicht. Nein. Nein, nein. Aber ich würde schon gerne auf so einem Bauernhof leben. Ja, also wenn du da schon so ein bisschen deine Gedanken mal dir klar machst, dass du Klarheit gewinnst für dich, dass du mal überlegst, was will ich wirklich? Ich rede ganz häufig mit Menschen darüber und sage, hey, wie ist denn das bei dir? Jemand, der Harmonie ist. Leute, die harmonisch unterwegs sind, die dann sagen, ja, also ich kann nicht nein sagen. Und wenn ich dann sage, ja, streitest du dich gerne? Und dann sagen sie zu mir, ja klar, Streit gehört zum Leben. Und ich sage, na, sag doch mal ehrlich, streitest du dich gerne oder gehst du einem Streit lieber aus dem Weg? Und wenn die dann so dreimal Luft geholt haben und mir sagen, ich gehe lieber so einem Streit aus dem Weg, dann sind sie ehrlich. Und ich lade dich dazu ein, einfach mal für dich, dich hinzusetzen und dir klarzumachen und dir immer wieder zu sagen, jeder Gedanke, der mich aufhalten will, jeder Gedanke, der sagt, das geht nicht, der greift auf Erfahrungen aus meinem Leben zurück, der greift auf die Vergangenheit zurück oder der greift auf die Wörter zurück und die Sachen zurück, die andere Menschen ja, mir gesagt haben. Ja, das sind wie Piraten, die einfach so ein Schiff entern mit ihren, mit ihren gut gemeinten Tipps, die, ja, für sie vielleicht gut sind, aber für dich nicht. Und du trotzdem irgendwie probiert hast, dass Strategien, Strategien, die dir jemand erzählt hat, die für ihn klappen, ja, auf dein Leben anzuwenden und es funktioniert irgendwie alles nicht. Also denke daran bitte, dass du Zukunft immer nur aus der Vergangenheit generierst, dass du, ja, Erfahrungen gemacht hast und Wissen angehäuft hast, das vielleicht gar nicht mehr gilt. Kann das sein, dass das, was du jetzt gerade weißt, alles Bullshit ist? Kann es sein, dass alles, was du jetzt gerade empfindest, ja, ein Schauspiel ist oder Nebel ist, den du einfach mal wegpusten darfst, um es neu zu machen? Warum gibt es Menschen, die sagen, ich habe mich neu erfunden? Warum gibt es Menschen, die dann glücklicher leben? Wieso ist das so? Hast du dich das mal gefragt? Und hast du dich dann mal gefragt, kann ich das auch? Und dir dann den Gedanken gemacht, nee, kann ich nicht, weil ich verdiene nicht genug Geld, meinen Job, ich habe Kinder, ich habe eine Familie. Was für Begründungen gibst du dir, damit du dein Leben nicht selber in die Hand nimmst? Und denk daran, du bist ein weißes Blatt Papier, jetzt gerade, trotz deiner ganzen Erfahrung, trotz allem, was dir bis jetzt passiert ist. Du bist jetzt gerade ein weißes Blatt Papier und du kannst dieses Blatt Papier dazu nutzen, einen neuen Kurs zu bestimmen für dich und dein Leben oder du kannst es zusammenknüllen. Dann vergiss es aber bitte hinterher nicht, in den Altpapier-Container zu packen, damit dieses Blatt Papier recycelt wird und vielleicht für jemand anderen ein weißes Blatt Papier sein wird, damit der sein Leben in den Griff bekommt, der seinen Kurs bestimmen kann und in die Zukunft gehen kann, während du zum nächsten weißen Blatt Papier greifst. Für heute sage ich, ich denke mal drüber nach, denn du hast die Magie in dir, jederzeit etwas zu ändern und ja, wenn du den Weg angehen willst, dann melde dich doch bei mir und dann schau mir mal, ob wir dieses weiße Blatt Papier nicht mit Leben, mit Farbe auffüllen können und deine Träume wahr werden lassen können. für heute sage ich Magic your life und bis dann, der Jan. Vielen Dank, dass du bis hierhin gehört hast und wenn dir mein Podcast gefällt, dann würde ich mich über eine 5-Sterne-Rezension bei iTunes sehr freuen oder du folgst mir bei Spotify, teilst meine Folgen mit deinen Freunden, sprichst drüber oder du rufst mich einfach an. Für heute sage ich bis dann, der Jan.